Tag 82, letzte Trainingsanheit Rücken, Masse Commander Gildner, ich melde mich ein letztes Mal zum Rückentraining, das heißt das, Oberkörperfreitraining, wir zeigen heute das, was wir erreicht haben, hoffentlich, massiv nochmal ein letztes Mal arbeiten, bleibt motiviert, arbeitet ordentlich, es ist die letzte Rückeneinheit, ordentlich arbeiten, voller Zug, leicht nach hinten beugen und jetzt wird gearbeitet. Weiter, Rückenmuskel, auf geht's. Jetzt haben wir gearbeitet, in diesem Sinne, das können wir uns zeigen, das dürfen wir auch präsentieren, das darf natürlich nicht häufig sein, aber dafür ist die zwölfte Woche lang. Rückenmuskel, auf geht's.